Herzlich Willkommen liebe DIY Hochvolt Freunde, ein ganz wichtiges Feature, was ich beim letzten Video vergessen habe zu sagen. Der DIY Hochvolt Hybrid Inverter kann definitiv im No Battery Mode gefahren werden. Ihr seht, ich habe das ganze jetzt hier im System Work Mode auf 1000 Watt einmal begrenzt. Only Solar Cell. Ich habe sonst keine Verbraucher angeschlossen. Funktioniert tadellos, nur für euch fürs Verständnis. Jetzt ist natürlich die Gretchenfrage, wo geht da inzwischen die Leistung verloren? Das wäre dann interessant noch herauszufinden, weil eigentlich haben wir ja da 1000 Volt stehen, aber das ist eine andere Frage, die soll ein anderes Mal geklärt werden. Nur damit ihr das gesehen habt, für diejenigen, die das andere Video noch nicht kennen, ein großartiges Stück Hardware. Wahnsinn das Ganze. Nicht vergessen, User Defined Hochvolt Batterie kann das gute Stück. 70 Amperiges Relais Board. Hier die ganzen Anschlüsse für Stromwandler und Co. Hier unten wird die Batterie am MC4 angeschlossen. Was sehr spannend ist, dass wir hier scheinbar sogar zwei Chemstellen haben für die Batterie haben. Das wäre hier auch interessant zu wissen, was sich hier die DIY-Ingenieure gedacht haben. Zubehör ist wie üblich immer dasselbe dabei. Und reinfahren tue ich hier beim Notstromausgang von unserer Pluetti, was auch sehr interessant ist zu wissen, wie das Ganze funktioniert. Also scheinbar schafft der Pluetti, der EP600, beim Off-Grid-Ausgang. Der Verteiler ist nur der Notstromausgang von der Pluetti. Scheinbar kann man dort auch mit Energie reinballern. Das von den Messgeräten ist jetzt ein wenig ein Fubar. Gut, dreimal die Leistung würde ich gelten lassen. Haben wir vorher gesehen. Gehe jetzt nochmal rauf mit der Leistung. Ein wenig, was würde der PV-Tracker noch übrig haben? Ja, mit etwas Glück. Da geht ein Stückchen mehr. Rund 2,4 kW, was ich bei meinem einzigen PV-Tracker hier rangeballert bekomme. Ich habe auf 3000 Watt das Selling-First-Menü eingestellt. Wir fahren noch immer ohne Batterie. Und jetzt schauen wir mal rüber. Okay, das stimmt gar nicht so schlecht. Das sind alles Watt. 3 mal 7 ist 21. Das wären 2100 Watt. Wenn wir die drei Messgeräte zusammenrechnen. Ja, das stimmt dann gar nicht so schlecht. Hier hängt noch die Umweltspumpe drauf. Diese Last, deswegen ist das nicht ganz so symmetrisch. Hier habe ich nämlich meine Umweltspumpe drauf. Ja, wunderbar. Sie können keinen negativen Wert darstellen, diese Stromwandlerzähler. Aber es klappt da los. Und nicht vergessen, wir haben gerade Dieselverteiler, wo wir netzparallel beim Off-Grid-Ausgang von der Pluetti drauf fahren. Natürlich ist das im Blackout-Fall dann sicher nicht gut, wenn hier bei der Ausgangsseite dann knapp 2500 Watt draufballern. Das muss euch im Klaren sein. Wenn das Ding jetzt Off-Grid fahren würde, dann glaube ich hat die Pluetti Stress, weil die Frequenz wahrscheinlich rauf fahren wird, weil irgendwo muss ja die Energie hin. Des Weiteren werden uns die Spannungen durch die Decke gehen. Nur eine kleine Randnotiz. Aber ich würde sagen, wir haben das Mysterium rund um No-Battery geklärt. Weil es mich jetzt interessiert hat, habe ich schnell bei Niederwalt-Inverter auch auf No-Battery geschaltet. Hier darfst du dann nicht verwundert sein, dass dann die Meldung kommt, Grid-Mode changed. Und ich habe jetzt gerade hier im ganzen Haus ein wenig einen Blackout verursacht, weil ich hält nicht meinen Bypass-Schalter auf Netz geschaltet habe. Dementsprechend dürfte bald die Chefin des Hauses vorbeikommen und ein wenig böse sein. Das öffentliche Stromnetz ist natürlich vorhanden. Diese Lampe, die hängt ja auf meiner EP600 über den öffentlichen Stromnetz. Dadurch hat das Ganze geklappt. Aber ich möchte jetzt noch schnell das Mysterium rund um den Niederwalt-Inverter auch klären. Ja, es funktioniert hier genauso. Hier nicht täuschen lassen von dieser Spannung. Das ist noch Restspannung. Die verschwindet nicht ganz. Hier ist definitiv keine Spannung mehr vorhanden. Da waren ja vorher 52 Volt. Die verläuft sich gerade. Wir haben hier auch No-Battery gesetzt. Und scheinbar geht es sogar im Zero-Export-to-the-Load-Mode. Ich werde jetzt einmal das Solar Cell-Hack hier noch weggeben. Wird aber wahrscheinlich hier nichts zur Sache tun. Hier jetzt nicht täuschen lassen. Ich habe ja andere Inverter bei mir am System draufhängen. Und das heißt ja, wir speisen ja im Hintergrund Inverter ein. Dementsprechend das jetzt bitte nicht für ernst nehmen. Nicht Standalone. Hier sind noch zwei andere Inverter-Systeme im Hintergrund. Dementsprechend das Ganze jetzt einmal vergessen. Aber es macht hier jetzt den Eindruck, dass das System hier nicht Null-Einspeisern fahren kann. Wenn scheinbar, gut, ich habe hier einen negativen Wert. Ich werde jetzt noch schnell die anderen Inverter alle stromlos machen. Ja, da schau her. Ich habe jetzt alle anderen Inverter-Systeme stromlos gemacht. Wir schaffen scheinbar auch hier eine Null-Einspeisung zu fahren. Netzparallel ohne Batterie. Würde ich mal sagen, auch ein sehr feines Feature. System Work Mode. Zero-Export to CD. Solar Cell ist alles deaktiviert. Dann würde ich sagen, ist das schon richtig, richtig hochinteressant. Achtung, hier hängt nichts drauf. Da sind noch irgendwelche Kapazitätsgeschichten. Hier ist definitiv No Battery gesetzt. Als Beweis. Hier ist mein NH-Trenner offen, damit ihr mir das glaubt. Die ganzen Batterien sind deaktiviert. Der Servo blinkt deswegen, weil er vom Solartracker die Energie bekommt. Sonst müsste die auch offline sein. Hier sehen Sie, der Solartracker kann auch nirgends Energie hinliefern. Und diese wunderschöne Null-Einspeisung macht gerade unser Niederwalt-DY mit. Man sieht es. Zwei Tracker sind gerade. Einer, der aus befeuert ist. Und jetzt zeige ich euch, dass ihr glaubt, dass das Ganze mehr Leistung kann. Weil ich vermute, meine Solarplatten dürften heute noch ein wenig mehr Energie liefern können, als die Verbrauchsleistung ist. Jawohl, wir sehen das gerade. Also man kann sehr wohl auch Überschuss einspeisen. Ergo ist dieser Diva-Inverter gar nicht uninteressant. Wenn du sagst, du hast doch keine Kohle für eine Batterie, dass du den einmal vorab einfach hinklatscht. A, kannst du Guerilla PV fahren, sprich ohne Batterie eine echte dreiphasig asymmetrische Nulleinspeisung. Hierzu muss ich mal dringend ein Video machen. Und natürlich, wenn du offizielle PV-Anlage hast mit Stromliefervertrag, könntest du natürlich auch deinen Überschuss verkaufen. Leute, ich glaube mal, wir haben heute wieder zwei super Features gesehen rund um der Diva-Produktfamilie. In diesem Sinne vertschüsse ich mich. Ich sage Danke zur Firma EVG Energy Solutions in Niederzissen für das tolle Sponsoring der ganzen Diva-Komponenten. In diesem Sinne, Tschüss!